Angesichts der erfolgreichen Installation des neuralen Uplinks, habe ich jetzt vollen Zugriff auf meine Datenbank. Direktor Hill analysiert die SHIELD-Protokolle, die sie ebenfalls geborgen haben. Geht's dir besser, Jarvis? Es scheint alles wieder zu funktionieren. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für SHIELD. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich SHIELD ernsthaft wieder aufbauen. Falls Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie mich. Wir werden uns jetzt sicher wieder öfter sehen. Ich freue mich darauf, Direktor. Soll ich jetzt salutieren oder so? Nicht nötig. Viel Glück Ihnen beiden. Jarvis, kannst du uns zu... Tony bringen? Das wird zwar etwas dauern, aber ich denke, ich kann Mr. Stark finden. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein könnte. Und was soll das sein? Die holographische, augmentierte Realitätsmaschine. Etwas, womit die Avengers trainieren. Wow, klingt ja abgefahren. Ich werde einen Moment brauchen. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein dürfte. Ich muss Sie allerdings warnen, das System ist ein wenig... chaotisch. Ist es sicher? Nur 0,0001% Verletzungsrisiko. Okay, ich vertraue dir mal. Gehen Sie durch die Crewquartiere. Der Harmraum ist im unteren Stockwerk der Hangarbucht. Danke, Jarvis. Stimmt was nicht? Mir ist etwas unwohl. Wenn er dort ist, bin ich der Letzte, den er sehen will. Es wird schon klappen. Wir gehen, wenn du bereit bist. Hier ist Phil Sheldon. Live vom Olympia Forschungszentrum im pazifischen Nordwesten. Was Sie soeben sahen, waren unscharfe Aufnahmen eines älteren Handys. Zwei Getränkeautomaten? Der zweite wurde auf Mr. Olinsons Wunsch aufgestellt. Früher war da ein Schild. Herkunft ist eine anonyme Quelle, die in ihrem Zelt durch Schüsse, Schreie und ein eindeutiges Brüllen geweckt wurde. Hier haben die Avengers abgehangen. Ob's da drin noch Limo gibt? Wahrscheinlich abgestanden nach fünf Jahren. Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Der Schnee ist geschmolzen. AIM kann das Ding nicht orten, oder? Der Quinjet verfügt über eine topmoderne Tarmtechnologie. Unsere Position ist im Moment sicher. Gut. Zu der Aufnahme. Was ist mit Direktor Fury passiert? Ich weiß nicht. Ich hoffe nur, dass er okay ist. Vielleicht helfen S.H.I.E.L.D. Diese Protokolle, ihn zu finden. Ich weiß nicht. Aber er hat sich doch schon. Und dann kann ich die Autos von S.H.I.E.L.D. nur sagen. Ich weiß nicht. Die Autos von S.H.I.L.D. Es geht nicht. Dann geht nur vor. Es geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, bereit. Fahre hoch. Wow! Äh, was? Willkommen in der holographischen, augmentierten Realitätsmaschine. Ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Ha! Kommt her, ihr virtuellen Schurken! Exzellently done. Exzellently done. Steady now. That was splendid. Training begins now. Training begins now. Training begins now. Training begins now. Das war's, glaube ich. Well done. Let's begin. If I had hands, I would have pulled. Let's go. That will do, I think. Well done. Here we go. Let's 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 go.